hallo ist es super ich bin im Disney Hotel Cheyenne heute abend jetzt hier in Chuck Bergen Café zum Abendbuffet und ich zeige euch mal was es kostet, wie es aussieht, wie es schmeckt. Bis gleich! So, ihr seht 38 Euro das Buffet ist auch teurer geworden und für Kinder 22. Und nun oder es so machen hier! Und jetzt kommt ihr ein Knochen. So выгляд es schon so gut, ja es ist schon mal ein Knochen! Das ist schon mal eine Knochen. Aber das ist ja auch so dumm. Ich bin das Knochen und 16. Ja, das ist die Weich. So geht es darum, wenn ich das anfle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Oh, man. Wow. 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 Hey, Guterres. Wow. Wow. Even if you want to have a dimensiata, you want to give them a beer. Wow. 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 Well, I can't bother to eat as well. Wow. Wear a beer! Wow. ... Go, go. Go, go. Go, go. Gutt. Yo, ich bin wieder satt geworden. Aber ordentlich. Richtig sehr leckeres Essen. Ja, auch sehr zartes Fleisch heute. Egal welches Fleisch. Es war sehr zart. Egal welche Sorte. Wirklich, konnte man wirklich gut essen. Ja, ansonsten ist es ein bisschen teurer geworden, aber ich glaube, die Auswahl ist auch ein bisschen größer mittlerweile. Ja, ihr habt es ja gesehen, also wirklich ganz ganz tolle Sachen. Alle Gerichte, für jeden was dabei, für Erwachsene, für Kinder, für Vegetarier und so weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, mit diesem leckeren Buffet, dann abschäde ich mich jetzt hier. Ich bin so satt, ich verabschiede mich jetzt von euch. Tschüss sage ich dann nochmal von hier. Bis zum nächsten Mal. Das ist euer De Sofa. Ciao.